Musik Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen Spezial auf meinem Channel Etwas, das ich noch nie gemacht habe Minecraft Minigames mit der lieben Kartoffel Liebevolle Kartoffel Liebevolle Kartoffel Entschuldigung Du hast doch aber die Videos von früher noch drauf gehabt, ne? Ja, also da habe ich halt im Singleplayer gespielt Oder was heißt Singleplayer? Jetzt geht es hier los Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Schwert für dich Ich habe ein Eisen, Holz und Goldschwert Ich würde sagen, die Kissen sind schon unter dir Ja, wir spielen noch ein Nee, ich habe noch ein Brot und irgendwas anderes Achso, ich habe drei Äpfel, drei Sticks Ja, ich bin hinter dir, ne? Ich folge dir einfach Ja, Gorme HD, Server Wir spielen Survival Games, genau Ich bin schon vor allem wieder Warte, warte, ich gebe dir ein Schwert Hier, du kriegst Schuhe von mir Mehr habe ich nicht Okay Jetzt hast du alles, was ich habe So Nimm mir erst mal das Holzschwert Du hast keinen Techshipping drinnen, ne? Nee Gar nichts Cool Ich habe es ja gerade auch erst runtergeladen Ja, mal eine spontane Entscheidung So und nu Ja, jetzt Du weißt aber, wie Survival Games gehen, ne? Ja, ja, wir müssen jetzt die anderen töten hier Ja, erstmal Kissen Ein bisschen Equipment Farm Verkissen Ja, ja Pass auf, hinter dir ist einer Wow Oder ich bin, ja, super Ich bin schon tot Ich auch Du bist auch Toll Ja, das hat er Komm, gleich noch eine Runde hinten dran So Gib mal, gib mal Slash Hub ein In die Chat Slash Hub H-U-B Dann müsstest du wieder in die Hauptglobby kommen Hup Bist du? Ja Dann geht es gleich in die nächste Genau So Runde zwei Das hat gut angefangen Das war der Hammer Ja, ich bin Hallo Hallo Ein bisschen verwirrend Ja Survival Games 64 Ah, ja Ne, ich hab mir so ein paar Videos von so ein paar Let's Plane angeguckt Survival Games, aber das, ja Das geht alles immer so flott bei denen Das sieht immer so einfacher aus, aber es ist gar nicht so einfach Ja Das hab ich gerade auch gemerkt Ich hätte vielleicht doch das goldene Schwert nehmen sollen Ne, das macht sich nicht Das Holz und Goldschwert machen genau gleich wie Damage Das ist das Doofe Ach, okay So Na, da bist du Na? Achso Wo? Hier Ach, da Hast du den Skin selbst gemacht? Ja Das sieht man irgendwie Das war mein erster Versuch Der war nicht so prickelnd Ja, ich hab mir einfach einen aus dem Internet gezogen Ach, so ist das Ja, ich fand den ganz ansprachend So, jetzt komm, jetzt krieg ich aber auch mal was richtiges Sieht auch relativ cool aus, der Skin Ich hab nichts gekriegt Nicht eine Sache Ich auch nicht Super Ich bin direkt hinter dir Ja, genau Oh, hier oben ist vielleicht einer Ich hoffe, hier war noch keiner Hä? Hier sind gerade Achso, da war einer Okay Ja Jetzt müssen wir halt echt gut aufpassen Jetzt sind wir halt besser ausgerissen als eben Oh, da unten sind zwei Kissen Brot Brot, Ofen, Kartoffeln und Steaks Ach, das hast du schon, okay Ja So, dann wollen wir mal Ich hab gerade ganz vergessen, wie man rennt Ja Der Doppel-W drüben Ja, ja Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange das herrscht Ich glaube, ein halbes Jahr oder so Ich weiß, dass da noch auf dem Zug sind, noch ein paar Kissen Das weiß ich Gut, aber das Da sind doch gerade welche Hinter dir ist einer Der schlägt auf dich ein Nein, ich bin schon tot Das ist doch echt Ja, toll, das kann ich jetzt auch vollknicken Ah, ich hab noch ein Herz, verdammt Ja, ohne Ja, wenn man am Anfang nichts kriegt, ist es halt blöd Jetzt wieder Hub, gell? B-slash-hup Fünf Minuten aufnehmen Zweimal sterben, das ist Das ist super Das läuft bei uns Das ist ein Traum Ja Oh mein Gott, meine KD Gott Was kann ich damit eigentlich machen? Achievements Achievements Ach 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 Ach, ich kann mal so jemand schlagen Sehe ich das richtig? Was kann man? Hier kann man niemand schlagen Nee Noch darfst du keinen töten Wenn wir mal Krippen nicht kriegen würden, dann wäre das vielleicht etwas besser erlaubt Ja, schon Ja gut, in der ersten Runde hatten wir ja ein bisschen was Da war es halt Oh, Pech Ich frage mich, weil man Also so manche Videos, die ich mir angucke, da frage ich mich echt Wie schaffen die das, dass die so viele töten, ohne selber so wenig Schaden zu bekommen Die hüpfen halt die ganzen rum Ja genau, du musst dich viel bewegen und immer auf das Team bleiben Ja Am besten ist halt, wenn du Bogen hast Wenn du ihn dann treffen könntest Ich verkacke mal mit Bogen Ich hatte glaube ich noch nie einen Bogen Ah Ich habe zwei Alben Nein, jetzt hat er mir das abgeklaut Wie nehme ich denn das schneller an? Schiff Ach, Schiffstücke Wenn du zwei Sticks findest Wenn du einen Stick findest Gib mir den nur Ja, wenn Du schleichst Ich will immer mit Schiff Ja, ich will immer mit Schiff trennen Ich bin das von der ganzen anderen Spiel So Was, die Schulzeit ist zu Ende Komm, ich will den Typen jetzt haben Ich glaube jetzt den Typen so lange hinterher, bis er stirbt Ich will den Typen jetzt haben Meiner ist genau wie im echten Leben einfach viel zu faul zum Rennen Oh Mann Der ist so fast tot Wo bin ich denn jetzt hin? Ich bin dem Typen hinterher geschoben Ich treffe ihn einfach nicht Ich gucke mich immer ein bisschen um Ich habe ihn getötet Ich habe ihn So, ich habe ein Brot Sogar zwei Ach, mit Schiff jetzt habe ich schon wieder vergessen Ich bin schon auf dem Berg da Keine Ahnung Ich bin ja Hier will ich Guck mal hier Ich habe ein paar Sachen für dich Hinter den Trupp Ach, da Ich habe alles Das war Schneidiamantenspitze Ja Ihm hatte ich ja Entschwert habe ich noch Diese Hose Hinter dir hinter dir sind zwei Die haben nichts Töten wir die Ja Die werden jetzt wahrscheinlich weglaufen Ey Keine Chance Renn doch mal Also irgendwie meiner Ne Das Da sagt sich kein Bock Ich ziehe ihn was schnell an Ich habe zwei Ich habe ein Schiff Also einfach Shift und dann draufklicken Shift und dann draufklicken Ah, jetzt Okay Und wenn du mit der Maus drauf bist Kannst du auch so die Zahlen-Tasten drücken Die 1, 2, 3, 4 Dann wird das direkt auf die Schnellgons-Tasten gelegt Ich würde gerne in die Mitte Und mir ein Eisenschwert machen Können wir das machen? Kannst versuchen Wenn wir überleben Ich habe gequillt man den So jetzt habe ich nicht so schnell Schieß mal verheiratet ich mich nicht so schnell Das ist schon best Die Aktion an dem Schwert, oder? Hm Hm, okay Also steht da einfach mal drauf Wenn du mit der Maus rüberfährst Ja, dazu müsste ich ins Inventar Warte, wo ist denn die Mitte? Ich finde die Mitte nie wieder Oh man, bei mir lagts gratis Gar nicht schön Ja, scheiß Internet Hinter dir sind zwei Nee Oh mein Gott Wo bist du? Ich bin um den Baum rumgerüft Achso, hier sind zwei Oh mein Gott Komm, komm, ich bin tot Ich bin tot Das ist doch nicht Ja, ernst Ich habe nur ein Pech Ja, toll Super Ich kann gar nichts Ich hasse meine Schrift So, äh Slash Jetzt hat er 7 geschrieben Sehr gut Ach ja Das ist schon eine super Aufnahme Das ist Wow Das ist die beste Aufnahme Die du bestimmt je hattest Hm Was besseres gab es noch nie Aber bei mir ruckelt es auch gerade richtig übel Ja, wie viel Speicher Hier Arbeitsspeicher hast du Mein Gott schon zugegeben Äh Keine Ahnung Drück mal F3 F3 Äh Wo steht das jetzt 60 Fraps Oben rechts Oben rechts Äh Da steht was mit So zwischen 15 und 30% Schwankt Genau Und da rechts daneben müsste Irgendwann stehen Ähm Wie viel Das ist Oh, so zwischen 80 und 140 Und 499 MB Du kannst nämlich auch mehr hinzufügen Wenn du cool bist Achso Wenn ich cool bin Das steht eigentlich im Launcher direkt Ganz einfach Ja Achso Ach egal Jetzt probieren wir es halt so Muss 3, 2, 1 So, jetzt Komm, das schaffen wir Mhm Die Pros Ja Ich sag immer Ich bin der Über-Pro-Gamer Also In Minecraft bin ich es nicht Noch nicht Bin ich high Der hat morgen Schwule Den hab ich auch gehört Gelegen Also ich nicht Ja, ich schon Nää So Ich hab irgendeinen Trank Oh, da liegt was Wo bist du? Dahinten Wo bist du? Ich komme Ach da Äh, so So Okay, die Post Ah, ich werd geschlagen Das, wo sind Wo kommen die denn Als andere Das gibt's doch nicht Komm, einer mach ich noch Und dann Gebe ich's auf Ey Was, was ist denn hier los? Bis beim Hub Äh, jetzt Ja Ich, ich versteh das grad nicht Ich bin Das ist doch nicht Das ist doch nicht Euer ein ganz Wie kann man denn so viel Pech haben? Das regt mich Ach du Für meine erste Runde Ist das doch super Eine super Statistik 0 von 3 Läuft Achso, ja Kann auch sein Ich zähl gar nicht mehr mit Das hat noch peinlich Das ist so erniedrigend Oh Gott Ich komm noch nicht drauf, klar Wir wollen solche Pech haben Ja Ja, aber wir sterben immer kurz hintereinander Ja, das ist schon mal was Gutes Glaub ich Naja Ich wär auch froh, wenn mal einer von uns ein bisschen länger überleben wird Slap mich nicht, Mann Bitch slap Oh, jetzt geht's Jetzt aber Jetzt aber Ich spür's Jetzt geht's richtig Ah, verdammtisch So Okay Ich hab irgendwas Ich hab ne Axte Okay Ich hab auch ne Axte Achtung Bin grad durch Durchgenommen Ah ja Kommt man da nicht Was, wo? Ich weiß nämlich Wo die Kisten sind Warum rennt denn der nie? Weil du es nicht kannst Das könnte damit zusammenhängen Ja Und ich hab ne Hose für dich Wart wo? Die gibt doch her Die liegt doch nicht eigentlich Achso Jetzt wirft er die da hinten hin Rechts von uns sind schon ordentlich viele Die klacken noch nicht von mir so Ja, dann lassen wir die mal kloppen Wir machen jetzt ein bisschen auf Bitch-Taktik Ja gut, komm Wir verstecken uns und warten Oh ja, du rennst natürlich direkt zu irgendwelchen Oh, das gibt's doch nicht Ich bin auch tot Okay, komm Ich geb's auf Das war's für mich für heute Ja, okay Also, ich denk mal Wir sehen uns hier in einer anderen Folge Bis dahin, macht's gut Leute Ciao Oh Oh mein Oh mein Oh Ich hab mich schon voll aus Rack Ich hab mich nur 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 aus Rack